zehn dürfte für die tropischen nächte in deutschland ja die möchte ich euch heute vorstellen mein name ist dennis immer noch immer noch aus hamburg und ja oder wollte ihr was über die wissen wie es himmel und skeletor ja die haben bestimmt auch einige dürfte am start aber ich möchte euch heute mal zehn dürfte vorstellen die auf jeden fall für tropische nächte das heißt so 25 grad und ja leicht schwül am besten oder jedenfalls sehr gut funktionieren falls ja am wochenende auf jeden fall noch eine party macht oder draußen im gartensitz und so weiter und so fort und ja dann wollen wir anfangen der erste ist eigentlich sehr süß muss man schon sagen aber er passt ja ich muss schon sagen sehr gut zu einer tropischen nacht und zwar ist das der lebo parfüm ja das ist eigentlich pinaculada mehr muss man eigentlich nicht wissen pinaculada zum ausspringen ananas kokosnuss punkt das richtig an meisten raus das ist ja süß aber pinaculada am strand wenn es warm ist geht auch also geht auch dieser duft und das funktioniert auch wirklich gut er ist zwar süß aber wenn ihr kokos mögt wenn ihr kokos gut findet wenn ihr ananas gut findet wenn ihr allgemein pinaculada gut findet dann nicht viel überlegen diesen lebo kaufen sehr guter duft dafür ja der nächste ist der azzurro von roberto ogulini ja und das ist ein erdbeer champagner duft der prickelt natürlich hat eine schöne süße aber wirklich prickel wie ein champagner und dann im hintergrund so die leichte süße durch die erdbeere und überhaupt diese erdbeere und einige schöne andere noten noch und der kommt wirklich gut wenn es wirklich warm ist und tropisch warm natürlich müsst ihr einige düfte ein bisschen nachsprühen aber nicht viele der pinaculada duft hält wirklich sehr sehr gut und der hier ist auch nicht von schlechten eltern da sind wir wirklich bei beiden bei acht bis neun stunden obwohl ich ehrlich gesagt ehrlich sagen muss mein gott land ist was denn heute los dieser duft hier wirklich nach 13 14 stunden immer noch gerochen hat also das ist top der nächste kommt von search of und ist torino 21 ja da muss ich eigentlich viel zu sagen das ist ein duft der über die minze kommt und ja sehr geil ja richtiger schöner frischer minz duft also wenn ihr minze mögt dann seid ihr so ein richtiger ja so ein kalter pfefferminztee ja nicht pfefferminztee ja vielleicht so ein bisschen süßlich noch angehaucht dann kommt ihr mit diesem duft wirklich zurecht sehr sehr geiler duft kommt richtig nice und da liegt die betonung auf nice ein sehr schönes release ich mache den torino 22 auch aber der 21 ist wenn es richtig schwül warm noch abends oder nachts es kommt er einfach besser so der nächste kommt von mfk und zwar 724 yes und das ist berger botte maiglöckchen am start ein sehr sauberer duft wirklich extrem sauberer duft auch richtig sauber also man redet ja von vielen anderen dürfen die nach frische wäsche riechen aber dieser duft also wirklich richtig sauber klar kühl blumig jasmin ist er noch drin und frisi glaube ich ich weiß gar nicht dass es auch eine art blume also auf jeden fall ist ein cremiger frischer blumiger duft der richtig gut abkühlt der richtig nice ist und wie der mfk macht einfach geile dürfte 724 ja sehr geil hat auch eine geile story dahinter müsst ihr mal lesen ist sehr sehr nice so der nächste ist ein extrem ja es ist eigentlich schon ein meisterwerk ein geiler duft der aber blumig rüber kommt und ja man kann ja diesen duft bin ich dann das ganze jahr tragen zwar richtig von taif ut von raja parfums wow ein meisterwerk im flakon taif ut wow absolut nice und da liegt die betonung auf nice ein entspanntes gut ihr kennt ja diese ganz alles was raja darf da rein knallt überfordert jeden es ist einfach so viel immer drin trotzdem richtig der duft eben auch anders und hier ist oder hier steht die leichte luxuriöse frische im vordergrund wird sich auch blumig und dann im hintergrund schöne background gut also richtig nice und der kostet natürlich etwas aber es wirkt wirklich gut und da kommt der wirklich gut an und wenn ihr vielleicht auf dem geschäft essen oder treffen seit abends über nacht oder wenn wenn so ihr kennt das ja wenn so eine vip party ein bisschen länger gehen das ist wirklich von aller feinsten so der nächste jahr ist ein sehr geiler duft und zwar kommt der formel glee amen und zwar pur shot pur shot ist so ein geiler auch minz duft mit wacholderbeeren leicht holzig für mich richtig kühl richtig erfrischen und einer der geilsten erfrischenden dürfte im sommer für mich wirklich nice wirklich bombastisch nice und da liegt die betonung auf nice patchouli cardamom und leichter pfeffer ist auch noch in diesem duft wow wenn ihr diesen ich weiß nicht wie viel jetzt aus dieser ganzen e-mail reihe eingestellt worden sind wenn ihr den bekommen können doch bitte zuschlagen so schnell wie es geht auch ihr könnt auch ein bisschen mehr geld ausgeben der hält wirklich neun zehn stunden richtig geil und er hat eine gute ausschaltung ihr wert davon ihr wert davon ihr werdet wahrgenommen ihr bekommt komplimente für diesen duft sehr sehr weißer duft so beim nächsten halte ich mich kurz noch mal muss ich ja im moment bisschen öfters vorstellen und das ist einfach sonnencreme body lotion alles möglich hier riecht ihr wie der sommer und das passt einfach und riecht einfach nice und komplimente ohne ende letztens auch wieder ich habe es wieder gemerkt dass dieser duft bei frauen und auch bei männern wirklich sehr geil ankommt also jils anders handeln ich stelle ihn seit jahren vor er ist ein begleiter von ganz am anfang bei mir ich habe den immer schon gehabt und richtig lecker richtig nice so der nächste kommt von azar und ist der chrome summer 2015 jetzt mal was anderes auch hier grapefruit an anfang auf die fresse aber ein anderes grapefruit als was man sonst kennt und natürlich das chrome das metallische im background sehr cooler flakon eigentlich und ja sehr nice bergermotte kommt dann natürlich und die wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche die goji beere was auch immer das ist und wenn auch richtig ausgesprochen geiler durch der erfrischt wirklich hält natürlich nicht ganz so lange obwohl für ein chrome oder für so eine art ist aber sechs stunden doch schon gut könnt ihr auf jeden fall sehr geil im garten benutzen oder wann auch immer ihren benutzt auf jeden fall jetzt oder für tropische nächte darum geht es ist er einfach sehr sehr nice so jetzt kommt von louis afternoon film den kann man natürlich oder darf man nicht vergessen da könnt ihr denn ja mitternacht im pool schwimmen so riecht der orange mandarin ingwer richtig schön frisch er ist vielleicht nicht so stark wie der imagination und so weiter aber er ist einfach für die nächte für abends und draußen sitzen wenn ihr wirklichen pool habt oder einen zum schwimmen irgendwas aber jetzt geht es ein bisschen hoch gegriffen hat ja nicht jeder aber irgendeiner hat es bestimmt einige haben es und wenn ihr dann schön bei euch im garten bisschen schwimmen könnt was für ein pool auch immer dann afternoon swim sehr geil und ich finde ihn immer wieder nice diese kühle mandarine mandarine vor allem mit der orange zusammen gepresst und ingwer sehr sehr nice so und zu guter letzt kommt von aqua di parma mirto di panera und das ist ein duft den habe ich noch gar nicht ich habe den schon lange aber ich habe ihn nicht so oft vorgestellt aber ja wenn man viele dürfte hat doch der kühlt richtig gut ab denn weil ja man vergisst viele dürfte und der ist richtig nice zitrone wird basilikum das hört sich alles ein bisschen strange an ist aber geil und durch die zitrone und ja das basilikum das ist dass es kühlt richtig gut runter der duft hat war dazu gesetzt natürlich wieder wacholderbeere auch und bergamotte natürlich und dann habt ihr einen schönen sommerduft den solltet ihr immer auf den schern haben halberkeit ist ja wie bei vielen aqua di parma dürfen jedenfalls aus der blauen kollektion sechs stunden sechs sieben stunden leider ist das obwohl er ist ein bisschen stärker als die anderen und ihr solltet ihn auf jeden fall mal testen den schönen blauen von aqua di parma ja das waren meine zehn düfte für tropische nächte und auch allgemein es ist extrem warm auch in hamburg schon länger das ist ja nicht immer üblich dass in hamburg das so lange warm ist und da kommt man richtig ins schwitzen ja gerade nach der rasur ja sehr sehr nach ich würde ich mal behaupten und dann sehen wir uns bald wieder also leute rein